6-Clusive, die Weekly News, präsentiert von Lucian Argonicone und Markus, der Fox-Schwen. Brandneue Informationen zu Rainbow Six Siege und Rainbow Esport. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema, Designer Notes, Year 5 Season 3 ist am 17.08. erschienen. Da geht es um Anpassungen von Operatoren wie IANA, Thatcher und vielem mehr, das werden wir später noch im Meinungssegment behandeln. Wie auch das Thema Sights & Scopes vom Deathblock von Year 5 Season 3 ist dann am 18.08. erschienen. Das behandeln wir auch nochmal später das Thema. Damit kommen wir auch schon zu den Spielerwechseln. Nilo ist jetzt inaktiv gegangen bei Na'Vi. Mein Sanity hat sich ein neues Team geholt, wo aber trotzdem noch alte Spieler wie Shark und Neox vorhanden sind. Und Igemies ist der neue Analyst bei BDS im Team und hat sein Team wohl zum Champion gemacht. Sehr schön. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung, und zwar geht die OPA diese Woche wieder los. Und zwar am 25.08. also jetzt am Dienstag und am 28.08. geht es dann mit der Essential League weiter, wo man halt natürlich einen Slot für die GSA gewinnen kann. Und wenn wir schon bei der GSA sind, die ist vom 12. bis 13. September das Finale. Da sieht man den Rogue, da sieht man G2, Secret und die Weisen. Wird auf alle Fälle ein spannendes Ding, schaltet da auf alle Fälle ein. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu den Gewinnern der Majors. Und zwar aus ARPAX, South Asia, Oceania, Brazil, Mexico, North America und Europe. Da schauen wir uns doch mal die einzelnen Standings an. Da haben wir beispielsweise Unicorn Gaming. Der Gewinner in South Asia geht mit 7500 US-Dollar aus dem Turnier bzw. aus dem Finale raus. Und nimmt sich auch nochmal 275 Punkte mit für die Gesamttabelle, die dann nachher auch zum Six-Invitational führen. Gehen wir mal rüber zu Wildcard Gaming, die Gewinner von Oceania. Und die gehen mit 330 Punkten in die Tabelle bzw. mit 330 Punkten mehr. Und nehmen sich ganze 15.000 US-Dollar mit aus dem Major. Jetzt kommen wir zu Cloud9. Das sind die APEC-NORF-Gewinner. Die gehen mit 510 Punkten in die Tabelle und haben dann 25.600 US-Dollar mit rausgenommen. Haben sich da gegen Giants durchgesetzt. Und da auch nochmal Gratulation. Kommen wir zu Astral eSports. Und die haben sich durchgesetzt. Und zwar bei dem Major in Mexiko. Dort konnten sie sich gegen Timbers eSports durchsetzen. 10.000 US-Dollar sind ihnen und 225 Punkte für die Tabelle. Dann haben wir Ninjas in Pyjamas. Natürlich aus Brasil. Gehen mit 50.000 US-Dollar aus dem Turnier. Und 285 Punkten für die Tabelle haben sich dort gegen FaceClan in einem sehr interessanten Match durchgesetzt. Und ja, werden sich jetzt in der Tabelle verewigen. Dark Zero eSports. Auch da haben wir nicht viel zu sagen. Kommen aus North America. 62.500 US-Dollar sind ihnen und 285 Punkte für ihre Tabellen-Standings. Und dann haben wir natürlich noch brandneu von gestern quasi. BDS eSports. Gehen mit 285 Punkten mehr aus dem Turnier raus. Und 62.500 US-Dollar. Auch da nochmal Gratulation. Das war ein sehr, sehr interessantes Spiel gegen G2. Hier schauen wir uns nochmal das Gesamtstanding an. Da haben wir ganze vier Platzierte auf Nummer 1. Und zwar BDS eSports, Cloud9, Dark Zero eSports und Ninjas in Pyjamas. Dort schenkt man sich momentan nichts und geht mit ähnlichen Punkten in diese Tabelle hinein. Gefolgt dann von FaceClan, G2 eSports, Giants Gaming, Team Solo mit Wildcard Gaming, Team Liquid und dann etwas abgeschlagenes PlayStation Gaming, Virtus Pro, Rogue, Oxygen eSports, Team One eSports und Union Gaming. Und damit kommen wir auch zu dem Thema, was wir vorhin kurz angesprochen hatten. Die Designer-Nodes und die Anpassung gewisser Operator innerhalb der Designer-Nodes. Und zwar zum Beispiel den Werten Thatcher. Und Maverick. Maverick hat eine Anpassung bekommen, dass er jetzt fünf Kanister vorher hatte, jetzt sechs dazu bekommt. Und meinst du, das hat Impact, mein Guder? Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, eine sehr, sehr interessante taktische Änderung. Denn häufig musste man ja doch ein bisschen sehr haushalten, wenn man mehrere Hedges oder auch mehrere Walls aufmachen wollte. Jetzt kann man sich, glaube ich, auch mal den einen oder anderen Verschweißer leisten. Und von daher würde ich sagen, ja. Ja, weil die Sache jetzt auch so ist, dass ja, hier gibt es ja gerade die Angabe, 2,3 Kanister brauchtest du, um eine Hedge zu öffnen. Jetzt hast du halt sechs, also du kannst ohne Probleme mindestens zwei Hedges damit öffnen. Das hat also schon einen gewissen Impact, weil vorher war das halt so, du hast einen Hedge aufgekriegt. Und bei der anderen war es dann halt immer ein bisschen kritisch gewesen, diese aufzubekommen. Jetzt sollte da aber auf alle Fälle kein Problem vorhanden sein. Dann gehen wir auch schon mal weiter runter und kommen zu IANA. Das G-Mini-Replikator Holo kann jetzt im Ping 2.0-System verwendet werden. Das heißt dann wohl selber, dass du selber wohl Sachen damit marken kannst. So würde ich das implizieren, oder wie siehst du das? Genau, richtig. Also du kannst dementsprechend vorlaufen und sagen, ey, pass auf, ich bin jetzt hier gerade wo durchgerusht. Da ist zum Beispiel eine Capcom-Trap. Ist sehr, sehr nützlich und macht IANA natürlich nochmal einen Ticken interessanter auch. Und damit kommen wir dann auch zu der Anpassung von Thatcher, die ich ja vorhin ganz kurz angesprochen hatte. Und zwar, Thatchers EMPs werden jetzt keine Gadgets mehr zerstören, nämlich diese eigentlich nur deaktivieren. Und zwar sehen wir das nämlich hier gerade. Es wird von 10 Sekunden auf 15 Sekunden erhöht. Und dann sind, wie zum Beispiel der Mew-Jammer, die Bandit-Batterien wieder aktiv. Vorher war das ja so, die wurden ja immer zerstört. Das hat sich jetzt halt geändert. Diese werden halt nur deaktiviert. Du kannst das aber wohl immer noch aufnehmen und dann die Gadgets wieder neu replacen. Und damit sind sie auch gleich wohl wieder aktiv. Was wohl immer noch durchgehend zerstört wird, ist ein C4, ist eine Capcom-Trap und sind auch die Jäger-Devices, sowie Lesion-Traps. Die werden dann aber eigentlich nur aufgedeckt. Ne, auch die werden nur deaktiviert. Also wir sehen es auch nochmal oben drüber. Alles wird ab sofort für 15 Sekunden deaktiviert. Also auch Nitro-Handys bleiben hängen. Die gehen nicht kaputt, aber die werden auch nur deaktiviert. Und dementsprechend ist es natürlich nochmal einen Ticken interessanter und auch für die Defender vielleicht nochmal von einem taktischen Aspekt. Und wenn wir uns mal überlegen, da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal zukommen, wir haben ja jetzt dann demnächst einige Hardbreacher mehr mit am Start. Das heißt, es ist unter anderem sehr, sehr sinnvoll, auch diese ganzen Geschichten, wie eben auch so ein Jäger-Device oder ein Bennett-Device, nicht gleich zu zerstören mit einem Thatcher. Ja, die Sache ist ja auch ganz schön, dass hier auch unten nochmal geschrieben wird, dass die Gu-Mine denn halt nur der Unsichtbarkeitsfaktor abnimmt. Das ist ja halt vorher so gewesen, dass ja halt, wenn du die EMP geworfen hast, ja alles zerstört wurde. Das war halt dann immer sehr unschön, wenn du so schnell deine Utility verloren hast. Deswegen wurde Thatcher ja auch so explizit meistens gebannt, weil die Problematik einfach massiv war, dass du halt so schnell Utility rausnehmen konntest, indem du halt irgendwo nur kurz mal was hingeworfen hast, eine Momel. Und damit hat sich dann alles erledigt gehabt. Das ist richtig. Ähnliches ist jetzt auch für die Yokai-Drohne hier passiert. Das heißt, früher wurde sie deaktiviert, aber der Aufladevorgang für den Schallimpuls, der lief weiter. Das wurde jetzt auch unterbunden. Das heißt, wenn die Echo-Drohne nicht mehr aktiv ist, wird auch kein Aufladevorgang stattfinden. Dann kommen wir auch mal weiter dazu, dass hier nochmal kurz die Möglichkeit mit Bennett-Tricken angesprochen wird. Wird sie da kurz was zu verlieren? Ja, das ist halt eben das, was du auch gerade schon ein bisschen angerissen hattest. Du kannst halt weiterhin auch aktiv spielen, indem halt Thatcher deine Utility erstmal deaktiviert. Du kannst aber davor sitzen bleiben, deine Batterie wieder aufheben, sie wieder placen und damit diese 15 Sekunden Sperre umgehen. Denn sobald du sie neu placest, ist sie auch wieder aktiv. Ja, das ist korrekt. Jetzt kommen wir da mal ein bisschen weiter runter. Und zwar ist hier noch kurz nochmal die Anmerkung, dass die Waffen oder viele Waffen neue Scopes bekommen haben. Das ist ein Thema, was wir denn gleich behandeln werden. Jetzt zeigen wir nochmal, um welche Waffen es sich da handeln wird. Außerdem ist ja eine neue Breaching Charge im Spiel mit drin, mit der du natürlich gereinforcete Wände aufchargen kannst. Die soll Montagne, Ying, Fuse, Finca, Amaru, Nerg, Kapital und Lion bekommen. Und da sehen wir auch, was dafür ersetzt wurde. Zum Beispiel Flashes, ganz normale Frackgranaten, Smokegranaten, eine ganz normale Breaching Charge, Claymos und vieles mehr. Und damit sind wir ja auch fast gleich durch. Hier sieht man ganz kurz in dem Video diese Sprengladung, die hier verwendet wird. Und damit kannst du dann halt so ein schönes kleines Hohl aufmachen. Genau. Soll allerdings, also für alle, die jetzt Angst haben, Mensch, was ist denn dann mit den normalen Hardbreachern? Werden die dann sinnfrei? Nein, absolut nicht, denn diese Sprengladung, diese kleine hier, dauert um einiges länger als beispielsweise jetzt eine Thermite oder auch eine Hibana-Ladung, die man dort platzieren kann. Das ist korrekt. Und man muss auch dazu sagen, der Breach ist natürlich von der Höhe sehr klein. Da kannst du halt in der Hocke durch. Du kannst aber auch durchwollten, wenn du möchtest. Und du kannst natürlich trotzdem dagegen mit einem Bandit anspielen, mit einem Kaid anspielen oder mit einem Mute. Da kriegst du halt den Breach dann trotzdem nicht durch. Mhm. Guti. Gehen wir hier nochmal kurz ein bisschen weiter durch. Und zwar haben wir hier nochmal kurz die Anmeldung mit den verstärkten Luken. Das ist jetzt so zum Beispiel zur Zeit der Fall auf Café oder halt bei Clubhouse, wo es gerade bei Café doch nochmal so richtig hart reinbummst, von der Zeit her kann man sagen. Allerdings. Weil du dich da erstmal hinsetzen musst und dann die Hedge aufbreachen musst, ob das beibehalten wird. Wird sich zeigen. Ich denke doch mal, im Nachgang gehst du selber, wo ich das erlebt hatte auf Café, dass das nicht wirklich beibehalten wird, weil das so viel Zeit nochmal klaut, bis du da hochgehst und die Hedge aufmachst. Und dann musst du halt noch dazu sagen, wenn du da gegen Kaid anspielst, dann zieht das nochmal viel mehr Zeit. Weil du musst etwa den Zetscher dabei haben, du musst dann etwa die Iana dabei haben, äh, die Kali dabei haben, die Chlordenite. Das ist alles schon ein bisschen problematisch. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich, auch weil man jetzt eben, klar, man hat nochmal diese mobilen Exotermic Charges mit, aber man muss natürlich überlegen, will ich jetzt zusätzlich nochmal irgendwo einen Heartbreach ansetzen? Das würde jetzt mit diesem kleinen Device auch wieder, ich hatte es gerade angesprochen, ein bisschen länger dauern. Das heißt, du würdest auch unterhalb der Hedge dann einfach schon ein Signal geben, ey, wir kommen jetzt gleich, die können entspannt wegrotieren. Und dementsprechend, ja, sehe ich das genauso wie du. Gut, und da kann man eigentlich jetzt nicht so viel weiter mehr sagen. Der Rest ist jetzt hier nur nochmal ein bisschen bla bla. Ja, und dass man das ja alles auf dem Test-Server anspielen kann, damit können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen. Und zwar natürlich den Thema, was wir vorhin kurz gesagt hatten mit den Scopes, was ja am 18.8. erschienen ist, wo man halt nochmal kurz sich das anschauen kann, welche Scopes da so geändert wurden. Und zwar gibt es da eine ganze Menge, was sich da getan hat. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal rein, ne? Genau, wenn wir das Ganze jetzt mal überfliegen, denn es ist ein recht langes Glossar, was wir jetzt hier vor uns haben, das wirkt erstmal sehr mächtig, aber wir können das für euch einfach mal zusammenfassen. Es wird ab sofort vier verschiedene oder beziehungsweise vier verschiedene Vergrößerungsvisieroptionen geben. Und zwar 1,5, 2, 2,5 und dreifache Vergrößerung. Jetzt würde man sagen, okay, Moment, das gab es doch auch vorher schon, diese dreifache Vergrößerung. Ja, aber da gibt es eine kleine Änderung. Wir haben nämlich das 2,5-pache Vergrößerungsvisier und das ist tatsächlich das ACOG, das eben früher bei drei war. Das wurde ein bisschen runtergesetzt, weil es doch eben ein sehr, sehr mächtiges Tool auch war. Es wird auch weiterhin noch ein dreifaches Vergrößerungsvisier geben. Das wird allerdings vom Look angepasst. Ihr kennt das wahrscheinlich noch von unserem Capitao. Der hat eben dieses riesengroße Cross-Share-Visier. Hier seht ihr es auch nochmal. Das wird nochmal optisch ein bisschen verfeinert, damit das eben nicht ganz so schlicht daherkommt. Und das wird das Einzige sein, das eben diese dreifache Vergrößerung bekommt. Wird dafür aber eben auch auf ausgewählte Operator verteilt. Also das wird jetzt nicht das neue ACOG, wo sich alle drauf stürzen, sondern es wird gezielt für verschiedenste Waffen eingesetzt. Das ist korrekt. Und dann sieht man hier auch nochmal kurz die Visieranpassungen. Red Dot würde man halt schon mal sagen, dass das auf alle Fälle überarbeitet wurde. Wenn wir jetzt halt sehen, wir haben ja rechts so ein kleines Rad. Das war früher halt nicht so explizit gewesen oder überhaupt gar nicht vorhanden gewesen. Macht das Visier natürlich ein bisschen dicker, die Umrandung. Wobei ich aber auch nochmal sagen würde, dass der Punkt auf alle Fälle auch kleiner geworden ist nochmal ein bisschen. Wir haben sehr viele Anpassungen. Die alten Visiere sind trotzdem noch drin, weil nicht jeder Operator natürlich ein neues Visier bekommt. Hier sehen wir zum Beispiel auch das neue Holo gerade. Und dann, wo wir das gerade nämlich sehen, wir kommen auch später noch dazu, dass es Anpassungen der Farben gibt. Das haben wir schon letztes Mal announced gehabt bei Shadow Legacy, dass da die Anpassungen nochmal kommen. Bloß hier ist jetzt nochmal alles schön ordentlich zusammengefasst worden. Genau, ihr seht jetzt auch beim 1,5-fachen Vergrößerungsvisier, dass dort zum Beispiel in grün eingefärbt wurde. Also jeder kann sich das so ein bisschen anpassen, wie er möchte. Beispielsweise hier in Villa sieht man das als Beispiel ganz gut, denn Villa ist... Das ist auch Chalet, mein Guter. Ist das Chalet? Ja, das ist unten Basement. Ja, guck, siehst du. Deswegen bist du der Analyst. Ich finde halt, bei solchen Maps ist es immer ganz interessant, weil die sind vom Grund her aus dem Hintergrund eh schon sehr rot. Da kann so ein Visier auch mal untergehen. Von daher sehr, sehr schön, das Ganze hier anzupassen. Ja, und da ist das gute zweifache Vergrößerungsvisier. Auch das hat oben, ich sage immer so schön, die schöne Kochmütze auf. Und verdecke damit natürlich auch nochmal so ein bisschen die Vision. Nicht sonderlich viel, aber man muss sich erstmal damit anfreunden. Das ist korrekt. Ich denke mal, du hast auch schon ein bisschen reingespielt, gehe ich mal von aus. Hast du denn das 1,5er-Visier schon gespielt gehabt? Wie findest du das? Ich habe das 1,5er-Visier gespielt und ich bin generell ein großer Fan vom 1,5er-Vergrößerungsvisier. Das spiele ich auch bei anderen Spielen sehr gerne, weil das für mich die perfekte Zwischenstep ist. Zwischen, ich zoome mal einen Ticken ran, ohne gleich die Tapete hinten zu berühren. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Das macht das Visier echt gut. Hat natürlich nicht jeder Operator, das werden wir hier nämlich gleich sehen. Gleich kommt nämlich kurz die Auswahlliste von welchen Waffen da visiermäßig was verfügbar ist. Dazu sollten wir auf alle Fälle gleich kommen. Müssen wir mal kurz mal ein bisschen runterscrollen. Aber ich denke bisher auch, dass das 1,5er-Visier so das so die letzte Visier ist. Hier sieht man nochmal kurz alle Leuchtpunktvisiere. Das NATO-Visier, das russische Visier und das M4S-Red-Dot-Visier. Dann kommt halt noch hier die Holo-Varianten dazu. Da ist das NATO-Holo, das russische Holo und das Razer-Holo. Das kennt man zum Beispiel von NÖK. Oder das MH1-Visier, was wir vorhin ganz kurz gesehen hatten. Da haben wir hier zum Beispiel noch die Reflex-Varianten. Da ist halt natürlich auch wieder das NATO-Visier dabei. Da ist das russische Visier dabei, was ich eigentlich immer ganz nice fand. Aber es gibt dazu kein Gegenpandant, was jetzt aktuell reingebracht wurde. Hier haben wir das 1,5er-Visier, was natürlich vorher nicht vorhanden. Jetzt haben wir hier das Zweifach-Visier, das 2,5-Fach-Visier, was ja jetzt das NATO-A2G ist. Dann gibt es noch das russische Visier. Das haben sie dann wohl auch angepasst, weil das müsste vorher nämlich auch ein Dreier gewesen sein. Richtig recht im Sinne. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Kapital-Visier, was du ja so schön benannt hast. Und das sind soweit erstmal die Visiere. Und dann ist es natürlich so, dass es auch noch größere Visiere gibt. Nämlich warum? Weil Kali halt natürlich noch extreme Unterschiede bei ihrem Visier hat, was sie ja einstellen kann. Das ist richtig. Und da kommen wir jetzt auch schon zur Verteilung der einzelnen Visiere. Da werden wir jetzt nicht ganz so präzise drauf eingehen, denn das würde jetzt wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ihr könnt euch diese Tabellen ja einfach mal anschauen. Ihr seht, überall, wo dieses kleine blaue Banner auch dran ist, beispielsweise jetzt hier gleich bei Ace, der bekommt jetzt hier das 2.0er-Visier. Das wurde dann abgeändert. Also da seht ihr auch ganz schön, wer dort was bekommt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Gridlock gehen, die sehen wir jetzt gleich, wenn wir noch einen Ticken runterscrollen. Da war sie jetzt auch schon wieder weg. Da seht ihr, da sind halt eben drei frische Visiere, beziehungsweise eigentlich nur zwei, aber drei Varianten jetzt noch hinzugekommen. Also da sieht man, was für ein großes Pamphlet man jetzt an Visieren auch zur Auswahl hat. Ich glaube, das ist uns allen immer schon so ein kleines Anliegen gewesen, dass die Auswahl an Visieren doch recht klein war und vor allem die Unterschiede zwischen den Visieren eigentlich marginal oder eher kosmetischer Natur waren. Ja, also es haben halt wie gesagt ja viele Operator ein paar neue Visiere dazubekommen. Wir sehen es auch bei Laien, da sind es auch insgesamt natürlich drei Visiere, die dazugekommen sind. Hat ja auch relativ unterschiedliche Waffen mit einer Strohflinte, mit der V308 und dann natürlich die DMA, die ja auch Twitch hat, wenn ich mich recht ins Sinne. Gibt es halt bei jeder Waffe mindestens eins oder zwei neue Visiere dazu und damit können wir aber eigentlich hier auch schon mal runterscrollen. Wir wollten euch die Liste nochmal zeigen, ihr findet sie natürlich später denn in der Kommentarsektion, wo wir natürlich wieder unsere Quellen angeben. Dann kommen wir auch zu den Verteidigern. Welcher Verteidiger ich sehr beeindruckend finde, wer ein gutes Visier gekriegt hat, ist zum Beispiel Warden. Der hat das 1,5er Visier gekriegt, dafür aber Vakery nicht, obwohl sie beide die gleiche Waffe haben, was ich fast schon merkwürdig finde. Ja, da will man wahrscheinlich die Balance so ein bisschen verschieben Richtung Warden, der ja doch sehr, sehr selten gepickt wird. Jetzt vielleicht durch das neue Visier ein bisschen attraktiver wird. Werden wir mal schauen, ob sich das auch auf ihn auswirkt. Das wird sich dann über Zeit zeigen. Wie gesagt, jetzt hier für die Verteidiger gibt es ja einiges Neues. Nicht ganz so viel wie für die Angreifer, das muss man mit dazu sagen. Das liegt aber auch einfach daran, dass von den Verteidigern kaum einer ein Dreiervisier braucht, um mal kurz aus dem Fenster zu schauen. Wir sehen hier auch zum Beispiel Mira kriegt auch das 1,5er Visier, der Werteherr KI kriegt auch das 1,5er Visier. Das ist auf alle Fälle gar nicht zu verachten. Legion hat das auch, Melusi hat das auch. Also gerade bei der T5 SMG, bei Melusi und bei Legion finde ich es doch schon ganz schön hardcore, fast schon. Weil die Waffe halt so massiv stark ist und denen dann halt noch dieses Visier zu geben, ist halt schon extrem krass. Hier sehen wir halt, Vakery hat nur ein neues Red Dot gekriegt auf die Schrotflinte und sonst ist da alles gleich geblieben. Bei Smoke ist es zum Beispiel so, auf seinen FMG gibt es 1,2er Visier, weil Möck hat es ja auch. Und ja, ihr kriegt zum Beispiel der Wertepuls dann auch noch das neue Holo und so kann es dann immer weiter und weiter gehen. Rook zum Beispiel hat sein ACG verloren und hat dafür das 2er Visier bekommen. Und so gibt es halt dann immer wieder ein paar Anpassungen, die halt da kommen. Zum Beispiel, wenn wir gerade Doc sehen, der hat nur das 1,5er Visier und hat kein 2er Visier mehr. Weil man muss halt dazu sagen, das war bei denen schon immer sehr, sehr stark. Da die Long Engages und dann hat er sich einfach wieder hochgeholt und das reingebaut, so nach dem Motto. Also, ich denke, das sollten wir halt ein bisschen abschwächen. Das ist richtig. Und damit kommen wir auch schon zu den Anpassungsmöglichkeiten. Barrierefreiheit und anpassbare optische Hilfen. Das ist das, was wir eben angesprochen haben. Ihr könnt also ab sofort eure Visiere, beziehungsweise nicht das Visier selbst, sondern eher den Zielpunkt, den könnt ihr dort einfärben. Und zwar gibt es dort für euch fünf verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Standardoptikfarbe benutzen. Ihr könnt Deutrian benutzen. Das ist Deutrianopi, nennt sich das. Das ist voreingestellt blau mit einer 100% Deckkraft. Protanopi, das ist gelb voreingestellt mit 100% Deckkraft. Und Tritanopi, das ist türkis voreingestellt. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, mit individuell zu arbeiten. Da könnt ihr nicht nur alle Farben, die wir auf der Farbpalette haben, auswählen, sondern ihr bekommt auch die Möglichkeit, die Deckkraft einzustellen in einem Bereich von 20-100%. Das finde ich ganz interessant, denn so ein leichter, so ein leichtes Durchscheinen ist manchmal gar nicht verkehrt. Auch die Zieloptik, die CSRX300, die Capitaus Armbrust hat, die wird später noch zur Verfügung stehen, um auch diese einfärben zu können. Ja, und damit kann man eigentlich schon sagen, sind wir mit dem Thema auch schon durch. Weil den Rest könnt ihr euch selber nochmal expliziter durchlesen. Wie gesagt, wir werden es ja unten wieder verlinken. Ich danke dem Werten Markus, der hier für den Werten Harris eingesprungen ist. Also danke dir, Fox. Sehr gerne. Und da möchte ich mal sagen, wo sollen denn die Leute dir folgen? Ja, mir kann man folgen auf der-fox, wobei das O in Fox immer eine Null ist, auf Twitter, auf Instagram. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann auch gerne unter thefoxshow.de auf Twitch und YouTube. Das werden wir natürlich auch wieder alles unten verlinken. Bei mir ganz normal überall Agony R6S. Und vergesst auf alle Fälle nicht, hier auf diesem Kanal ein Abo dazulassen. Aktiviert die Glocke, liked und kommentiert das Video. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Jan, ich freue mich noch mal. Bis zum nächsten Mal. So. 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 Vielen Dank.